Der Sechskant-Kraftstecknuss-Satz hier ist wirklich ein kompletter Satz, da er die Stecknüsse in kurz und in lang enthält. Und im Detail schauen wir uns den jetzt mal an. Da der Inhalt des Koffers recht schwer ist, kommt dieser in einer extra robusten Ausführung. Alle Teile des Satzes sind selbstverständlich schlagschrauberfest, sie sind aus Chrom-Molybden-Stahl gefertigt. Die Schlüsselweiten reichen von 9 mm bis hoch zu 30 mm bei den kurzen Stecknüssen und bei den langen Stecknüssen startet es auch bei 9 mm und geht dann hoch bis zu 30 mm. Eine Halbzoll-Verlängerung gehört auch zum Lieferumfang mit einer Länge von 125 mm sowie ein schlagfestes Gelenk. Alle Stecknüsse im Satz weisen das Flank-Traction-Profil auf, das heißt die Stecknuss arbeitet nicht über die Ecke an der Schraube bzw. der Mutter, sondern überträgt die Kraft auf die Flanke. Die Schlüsselweiten reichen von 10 mm.